wie ist es 2 1 du bist sie okay du bist auf der Insel das muss ich rumleuchten du kannst ein Drogendealer parken eigentlich und dann so ein bisschen auswahl ich glaube da waren sie das ist ein über einen See sagt sich einleuchtige wie weit sind die Noterste so ich fahr jetzt vom Ding aus Richtung ich bin gerade genau im Drogendealer jetzt fliege ich gleich Richtung Bank jetzt und ich leuchte alles an fahr ich schüttel du bist leiser fahr mal ein bisschen weiter nach rechts du bist wie ein Behinderter wieder durch die Gegend gefahren du bist gar nicht richtig gefahren sag ob ich dich lauter höre ja siehst du kein Licht? nein, das ist irgendein Bug jetzt ist es endlos jetzt ist es richtig los ich hätte die Kissen gefunden da ist doch einer, der sich herum bewegt ah, es bist du? du, 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 dein Leicht in die Fliegt rum ist es ein Mann oder bist du das? so, aber für hunderttausend muss ich den Weg machen ich pack mal meine Waffe hier rein wo war deine Leiche? fuck, ich weiß nicht mehr wo da hinten du fliegst rum Paul ja hat dein Geld ich weiß aber nicht wo die ist weil ich weiß nicht wo seine Leiche ist seine Leiche fliegt rum da, deine Leiche fliegt über mir mach mal ein Bild ich mach gleich Aufnahme deine Waffe ist dann in der Luft Juni, immer wenn ich zu dir laufe trollst du mich du fliegst immer weg ne ne sag mir wo du liegst liegst du bei dir? ich sehe mich nicht weil es ist nur 89 Juni, du hast deine Waffe in der Hand aber ich kann sie nicht aufhören weil du immer weg fliegst ich spam jetzt mal hier im Mausrat weil du wieder über mich fliegst geht nicht ich kann sie nicht aufheben wir müssen auf Arzt warten zwei Kilometer zwei Kilometer soll ich schon mal wegfliegen? das ist ein bisschen zu Risky hier ja mach nimm alter ich mach ich nimm alter ich mach ich nimm